Hallo, ich bin Michael Gugelfuß, Inhaber von Druck & Medien Zyperlen in Dornstadt. Nach umfangreichen Investitionen im Bereich der Weiterverarbeitung haben wir uns überlegt, wie man das Potenzial unserer neuen Maschinen vollumfänglich ausnutzen kann. Bei genauerer Betrachtung haben wir einen Flaschenhals im Bereich der Auslagen festgestellt, diesen weiter verfolgt und dabei das enorme Potenzial entdeckt. Damit haben wir uns näher beschäftigt und herausgefunden, dass die Gamma von Palamides optimal zu unseren Herausforderungen passen würde. Durch die Kompaktheit lässt sie sich innerhalb kürzester Zeit von der Falzmaschine an unsere Broschürenstraße umrüsten und ergänzt somit optimal unseren neuen Maschinenpark.